Ob sie lügt? Oder ist der Rest des Ordens wirklich tot? Ein einzelner Magier kann die Stellung nicht ewig halten. Sogar wenn ich selbst dieser Magier bin. Warte, was? Sie kommen echt nur aus einer Richtung? Das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Was gibt es denn für Gegner? Ups, das waren nicht die Gegner. Äh, Frost-Ogar. Okay. Immun gegen Eis. Das ist nicht so toll. In dem Fall brauche ich meinen Eis-Amulett nicht wirklich. Ich kann mich ja mal den Ring der Blitze stattdessen ausprobieren. Frost-Pumpen? Ähm, was kann ich noch nehmen? Ähm, was kann ich noch nehmen? Brauche ich hier Barrikaden? Ich schätze, einen Weg zu Barrikadieren hier wär nicht schlecht. Und die letzte Falle... Hm. Graf Unfass, warum nicht? Ich würde sagen, diesmal nehme ich wieder die Webern des Stahls. Fangen wir an! Kommt wieder, wenn ihr bereit seid! Nennt mir ein Ziel! Nennt mir ein Ziel! Nennt mir eine Richtung! Okay, dann mal los! Nennt mir ein Ziel! Tschüss, mach's gut! Ja! Wirklich die Menschen! Warum sind wir immer die Bösen? Ich glaub mein... ...warum hab ich so viel Schaden? Gibt es hier falsche Anhalte im Spiel? Das ist unmöglich Ok Kommen da noch mehr Wax Autsch Nein, das waren die letzten Schnell heilen Dann noch ein Schlosser Und ein Paladin Für den Augen Du stehst Der Weg Wohin? Wohin? Lass das aus meinem Kopf Vielleicht sollte ich nicht mehr von da oben unterschpringen Ok Dann noch Etwas Feines für dich So eine Feine Und so eine Falle Und da kommt der Fros Hörst du dich mir an Sei mein General Mein Gefährte Warum kannst du mich nicht so verehren wie die Orks Deine ständigen Neugeleien sind wirklich deine unattraktivste Eigenschaft Dann stirbt sie alle anderen Folge deinem Meister hinab ins Gras Ja Schatz Sofort Schatz Was immer du willst Ich bin mit so einer Du hast nicht mehr Gegrüß So mal ein paar Kettenblitzer geschleudiert Der Frossoga ist tot Irgendwie bin ich richtig gut Das ist ziemlich problematisch wenn ich nicht mein Eis amulett gegen die Oga benutzen kann Ach, nicht genug Geld. Bis später, schätze ich mal. Na, dann los. Okay, jetzt kommt wie aus den anderen Türen. Zum Gegner. Ups. Sollte sie zumindest bleiben. Okay, das waren schon alle. Ups. Ach, komm schon. Ach nein, andersrum. Die hab ich ein bisschen falsch geplatziert. Mehrmals. Das sollte eigentlich auf den Gegner gehen. Naja. Okay, damit kann ich eine Gemütterwäufe machen. Raus aus meinen Beinern. Die Gemütterwäufe. Eine Freude. Die sollte ich mir mal vornehmen hier. Bester Job aller Zeiten. So, die beiden. Na gut dann. Das könnte ich für die Frost sogar benutzen. Ich weiß leider nicht wann welche kommen. Okay. Okay. Ja, das gibt ein Falschhaden. Okay. So, jetzt muss ich mir wieder die Fluggegner vorknippen. Ich bräuchte mehr Vogenschützen. So macht man das. Okay. Dann baue ich doch gleich ein paar. Äh. Ja, hier auch. Warum nicht? Nennt mir eine Richtung. Bereit eurem Geheiß zu folgen. Ich diene den Orden ist euer. Wofür das denn? Hier unten. Okay. Nennt mir ein Ziel. Ach, nicht genug Geld. Okay. Dann die nächste Welle. Und da kommt ein Frost sogar. Hallo. Okay. Und da kommt nichts. Ich zurück. Machen Sie ... Hade. Ich bin der Schlage. Nein, ich bin ... ich bin. Ich bin ... Ich bin ein leichter. Ich bin ... Oh, ich bin ... 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 So Geh entlang bitte, Herr Ark So So eine kleine Gebüter wollen wir nicht Das schaltet schon mal einige Rockstars aus Wann das alle? Ja, das müssten alle gewesen sein Hm Letztes Mal gab es doch auch Skelette von denen Wie haben die das dann gemacht? So Um den Pool müsste ich mir jetzt nicht mehr für Sorgen machen Es geht wirklich viel einfacher, wenn Kyo die einzige Stelle ist, wo ich mir Sorgen machen muss Also wenn alle von einer Seite kommen eigentlich Ähm, okay Den Ostdroger habe ich nicht mehr erwischt leider So Halt mich mal auf an Dreh dich doch nicht mit dir Dreh dich doch nicht mit dir Dreh dich doch nicht mit dir Spitze Mein Bogen ist euer Mein Bogen ist euer Und für die Fluggegner muss ich auch noch ein bisschen was hinstellen Mein Bogen ist euer Mein Bogen ist euer Man braucht ja eigentliche Ein Kahn, äh Willkommenskomitee Okay Okay Dann los Und die kleinen kann ich auch gut mit dem Kettenblitz erledigen Oh So, noch fang mehr Äh Und jetzt gleich die elfte Welle schon. Geht ja recht schnell. Wieder Flutgegner. Also die Blitzräufe scheinen leider nicht die Flutgegnern zu treffen. Okay, und die letzte Welle. Ich kann ja hier noch Wäsche platzieren. Ich mag das hier! Und da kommen noch Pachprostroger. Ich glaube nicht, dass da nur einer kommt. Ja, und da kommt noch ein zweiter. Nicht die Gorgung. Wo wollt ihr durchkommen plassieren? Auch nicht! So, Stunt mit der Armlust. Und jetzt bin ich gestunt, das ist nicht so toll. So, geschafft ohne dass was durchgekommen ist. Ich glaube aber nicht, dass die nächsten Level ganz so einfach werden. Aber man kann ja noch hoffen. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin!